Backstage Live ab 16 Uhr bei BILD und ab 20.15 Uhr die große Spendengala im ZDF Charmant und nachgiebig, Barbara Schöneberger, hier beim Deutschen Computerspielpreis 2018, wird beim Spenden-Rouletten-Promis tief in die Tasche greifen, und sich über jeden Euro freuen. Sie will die Kasse ordentlich klingeln lassen. TV-Liebling Barbara Schöneberger, 44, sammelt am Samstag bei der großen ZDF-Gala ein Herz für Kinder 20.15 Uhr, für den guten Zweck. Die Moderatorin zu BILD, dieses Jahr mache ich ja das beliebte Spenden-Roulette und ich kann meine lieben Pommikollegen und überhaupt alle Gäste warnen. Ein Herz für Kinder ist eine Veranstaltung des Gebens und Nehmens. Wir freuen uns, wenn Sie sich schick anziehen und wir über Sie berichten können. Dafür erwarten wir aber auch was von Ihnen. Wer glaubt, dass er sich wie bei anderen Veranstaltungen schön zurücklehnen kann? Schöneberger an die Studiogäste, bitte alle aufrechtsitzen und Geld berat halten. Denn immer, wenn Sie nicht damit rechnen, komme ich zu Ihnen und will nur das eine, nämlich Spendengelder für die tollen Projekte. Es muss nicht immer viel sein, aber niemand kann und darf sich aus der Affäre ziehen. Wir meinen das wirklich ernst. Neben Ihrem Spendenjob wird Schöneberger, ab März 2019 auf Deutschlands Tour, auch als Sängerin auf der Bühne stehen. Sie singt ihren Hit Alles Gute. Warum gerade denn? Schöneberger, es gibt ja viele Menschen, die glauben, dass nur, weil ein kalendarischer Wechsel ansteht, sich auch sonst alles im Leben ändert. Das Lied zeigt, dass es so leicht eben nicht ist und man selber was tun muss. So wie, ein Herz für Kinder aktiv etwas für Kinder in Not tut. Das Lied ist das Lied. Aber und dann klebe ich dazu mit wissen. Aber dann schöne ich ja die Karten.